Christian Weigand ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogregisseur und Dialogbuchautor. Er ist vorwiegend bekannt als deutsche Stimmen von Vincent Don of Rio in Criminal Intent. Werdegang Christian Weigand besuchte die Schauspielschule Zinner in München und war nach seinem Abschluss als Theaterschauspieler aktiv. Sein eigentliches berufliches Standbein war jedoch die Synchronisation, zu der er durch seinen Schulfreund und Theaterkollegen Matthias von Stegmann Ende der 1980er Jahre stieß. Synchronisation Filme seit Mitte der 1990er Jahre war Weigand Stimme in vielen Kinofilmen zu hören. So sprach er beispielsweise im Jahre 1995 Christopher Ecclestone in der britischen Filmkomödie Kleine Morde unter Freunden. Anthony Lappaclia in Lifesauvers, Die Lebensretter, 1997 synchronisierte er John Favreau in Swingers. Und 1999 Brendan Fraser in EVE und Der letzte Gentleman. Im Polit-Thriller 13 Days, der die Ereignisse der Kubakrise beschreibt, lieh er Stephen Kalb als Justizminister Robert F. Kennedy seine Stimme. 2003 hörte man ihn im Agenten-Thriller Cypher für Jeremy Northam und 2006 in den Filmkomödien Bierfest für Paul Sutter als auch in Happy Endings für Steve Coogan. Weitere Hauptrollen folgten, so synchronisierte er John Leguizamo im Katastrophenfilm The Happening. Anatole Taubmann im Historiendrama Die Päpstin, J. Moore im Filmdrama Hierafter, Benedikt Kamberbetsch im kanadisch-deutschen Thriller Whistleblower in Gefährlicher Mission und Martin Cezokas als junger Mossad-Agent Stefan im Agenten-Thriller eine offene Rechnung. 2015 lieh er erneut Vincent Donofrio als Hoskins im kommerziell erfolgreichen Science-Fiction-Film Jurassic World seine Stimme. Serien seit Anfang der 1990er bekam Christian Weigand Serien Hauptrollen angeboten. Von 1993 bis 1994 hörte man ihn als Neil Winters in der US-Soap Schatten der Leidenschaft, 1994 für Matt Leblanc in der Sitcom Faduchi und Sohn. Ein Spin-Off von Eine schrecklich nette Familie, 1998 bis 1999 für Eddie Cibriam als Golda Chanel in Sunset Beach. 2004 übernahm er die Rolle des Detective Robert Gohren, gespielt von Vincent Donofrio in der Primetime-Serie Criminal Intent Verbrechen im Visier. Weitere Hauptrollen in Krimiserien waren für Michael Katlitz als Frank Rogas in Stand-Off, für Noah Bean als David Conner in Damages im Netz der Macht, für Daniel Sanjata in Rescue Me. Seit 2012 spricht er auch die Rolle des Dean Pelton in der Sitcom-Community. Zeichentrick-Anime auch animierten Figuren vertonte er. So hatte er in der deutschen Fassung der Zeichentrick-Serie Die Schnorchels seinen ersten Episoden-Auftritt Ende der 1980er Jahre. In der Comicserie New Spider-Man, die von 1994 bis 1998 auf RTL ausgestrahlt wurde, sprach er den Protagonisten Peter Parker und in der Kinderserie Masako Nosawa in Bumpetibu, der kleine gelbe Superflitzer, hörte man ihn als sprechendes Auto. In der satirischen Animations-Serie South Park übernahm er 1999 Nebenrolle des M.R. Henke. Als Dialogregisseur war er erstmals bei den Sprachaufnahmen zur US-amerikanischen Zeichentrick-Serie New Spider-Man von 1994 bis 1998 tätig. Wobei er zugleich den Protagonisten sprach. Unter seiner Leitung entstanden auch die deutschen Fassungen der Filme neuen Songs »Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast«, Pumpkinhead, Asche zu Asche, Outsourced, auf Umwegen, zum Glück, Adventureland und From Paris with Love sowie den Serien Rescue Me, Damages, im Netz der Macht, in der er auch die Rolle des David Connor spricht, Sieg und Luther. Außerdem die Primetime-Serien Hotthorn und White-Color. Regieanweisungen erteilte er anhand seiner selbst verfassten Synchronbücher unter anderem bei den Filmen Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Street Style. Unsichtbar. Zwischen zwei Welten und Wintersonnenwende. Die Jagd nach den sechs Zeichen des Lichts und den Serien Westwick und S.O.E. Thomas. FBI Als Ensemble-Mitglied der Le-Hörspielgruppe »Hörspieler München« trat Christian Weigandt im Sommer 2009 in die rosarote Brille auf. Darüber hinaus beteiligte er sich am Le-Hörspiel »Schölock Holmes«, welches im Juni 2011 in den »Bavaria Musikstudios« aufgeführt wurde. Als Hörspielsprecher wurde er vom Verlag »Titania Medien« im Jahr 2012 angeworben. In der Grusel-Kabinett-Hörspielreihe sprach er in Folge 61 »Der Ring des Tod« von Arthur Conan Doyle und in Folge 63 »Besessen« von Robert T. Howard. Weigandt war unter anderem auch an der Audiobearbeitung von Computerspielen beteiligt. So erschien 2001 die K-Sekunden-PC-Spiel »Aquanox« im deutschen Handel als Nachfolger der U-Boot-Computersimulation »Schleichfahrt«, worin er die Hauptperson, den Söldner Emerald, der Taifflint, sprach. Im Videogame »Criminal Intent« zur gleichnamigen Serie, das 2007 in Deutschland veröffentlicht wurde, konnte man ihn erneut als Detective Robert Goren hören. Und das Söldner der Taifflint. Und das Söldner der Taifflint. Untertitelung des ZDF, 2020